Aber ich habe hier eine Liste der Kräuter, die ich benötige. Bei der Wegkreuzung sind einige Flüchtlinge, die eine Heilerin brauchen könnten. Natürlich könnten sie das. Diese Angriffe der Templer bringen zahllose unschuldige Leben in Gefahr. Aber wenn ich zur Wegkreuzung gehe, um ihnen zu helfen, könnte ich mich dadurch selbst in Gefahr bringen. Ich bezweifle, dass diese Flüchtlinge ihr Leben für ein Klingenohr riskieren würden. Warum also sollte ich das meine für sie aufs Spiel setzen? Ich habe hier eine Liste. Das ist ohnehin der sicherste Ort für mich. Wir sehen uns dann in Kürze bei der Wegkreuzung. Gebt mir nur einen Moment, um meine Habseligkeiten zusammenzusuchen. Ich habe hier, um Vater, eine Löwachtung zu sagen. Ich wäre mir wütend, FOR 은 Ar weakest sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.